Ruhig mal. Hören Sie? Die Autobahn. Kein Lüftchen und ganz weit die Autobahn. Ruhig. Da. Nachher wird schwer was runterkommen. Im Radio haben Sie gesagt, wechselnde Bewölkung. Aber wenn ich die Autobahn höre, bei Windstille, dann kommt was runter und nicht zu knapp. In spätestens anderthalb Stunden, wenn's Training losgeht. Das erste Training mit einer neuen Mannschaft und dann gleich Regen. Noch nie einen Trainer gesehen? Bitte, ich hab nichts zu verbergen. Sehe ich aus wie einer, der was zu verbergen hat? Meine Damen zugucken gerne, aber nicht einmischen. Frauen und Fußball ist immer prekär. Je emanzipierter, umso schlimmer. Abseits, Libero, das kann man Ihnen noch erklären. Irgendwann begreifen Sie es sogar. Aber Frauen verstehen nie, wieso Fußball. Ich bin absolut kein Frauenfeind. Aber Frauen und Fußball? Nee. Kennen Sie auch nur eine Fußballtrainerin? Nennen Sie mir eine einzige und ich halte meinen Mund. Es gibt Fußballtrainer, die nie Fußball gespielt haben. Uruguay ist sogar mal Weltmeister geworden mit einem, der nie Fußball gespielt hat. Das ist alles möglich. Aber dass eine Frau Fußballtrainer ist? Ausgeschlossen. Heiko steht! Oder vor Gericht. Schon bei der Scheidung ist eine Frau als Richter schlimm, kann ich Ihnen sagen. Aber wenn sogar bei diesen sogenannten Mauerschützenprozessen. Das muss man sich mal vorstellen. Die hat doch keine Ahnung, wie es zugeht in der militärischen Einheit mit Befehl und so eine Richterin weiß doch nicht mal, was Vergatterung bedeutet. Wenn ich es Ihnen sage, fragen Sie irgendeine Frau, was Vergatterung bedeutet. Nein, nicht irgendeine, fragen Sie die klügste Frau, die Sie kennen, was Vergatterung bedeutet. Ich garantiere Ihnen, keine weiß es. Sie glauben, dass Sie es wissen, aber Sie wissen es nicht. Und sowas darf dann Urteile sprechen. Die versteht doch überhaupt nicht, was es heißt, dass ein Mann an seinen Platz gestellt wird und seine Pflicht zu erfüllen hat. Versteht die nicht. Ein Trainer versteht sowas sofort. Und wenn einer rüber machen wollte, wusste der doch, was ihn erwartet. Ist meine Ansicht. Gab auch andere Wege. Musste doch nicht so einen armen kleinen Grenzsoldaten in Konflikte stürzen. Hätte jeden treffen können. Wehrpflicht, Fahneneid, Befehle. Da hatte man keine Wahl als kleiner Grenzsoldat. Da wurden nun mal welche erschossen. Ich sage leider. Aber die Prozesse, Jahre später, die machten doch keinen mehr lebendig. Und dann eine Frau. Keine Ahnung von Vergatterung. Aber wenn dann die Mutter von diesem Vollidioten, ich nenne ihn jetzt mal so, von diesem Vollidioten, der sich unbedingt erschießen lassen wollte. Leider. Wenn also die Mutter vor Gericht erschien, dann können Sie sich doch denken, wie das lief. Die Richterin sieht die Mutter. Dann hatte doch so ein kleiner Grenzsoldat verloren. Der konnte sich doch gar nicht begreiflich machen mit Befehl und Vergatterung. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe selbst mal in so einem Gerichtssaal gesessen. Nicht auf der Bank, sondern als ganz unbeteiligter, unvoreingenommener Zuschauer. Aber als ich mitgekriegt habe, dass da eine Frau als Richter, also, da war es aus. Ich bin kein Frauenfeind. Aber es gibt einfach Grenzen. Gibt ja auch keine Fußballtrainerin. Heiko steht! Das kann eine Frau doch gar nicht. Die würde kein Mensch hören. Ein Trainer muss brüllen können, sonst braucht er gar nicht erst anzufangen. Ich übrigens brülle nicht. Es sieht aus wie brüllen, aber in Wirklichkeit ist es Denken und zwar sehr leidenschaftliches Denken. Das Brüllen geht ganz von allein. Da muss ich gar nichts für tun. Die anderen Trainer gucken bloß zu oder sagen alle zehn Minuten mal was, wovon sie fünf Minuten nachdenken, wie sie es sagen wollen. Nicht bei mir. Meine Spieler wissen, was ich denke. Mit minimalster Verzögerung, nur durch die Gehirnströme, ein paar Millisekunden. Jeder Gehirnpsychologe oder was kann das bestätigen. Luft holen. Und dann ist die Nachricht mit Schallgeschwindigkeit bei den Spielern. 300 Meter pro Sekunde. Also überschlagsmäßig spätestens in 0,3 Sekunden. Im Winter sogar noch schneller, weil Schall im Winter kann Ihnen jeder Tontechniker oder Physiker bestätigen. Ein paar Millisekunden später hat der Spieler meine Botschaft verstanden und weiß, was zu tun ist. Und ganz unter uns, das ist wirklich der einzige Weg. Wenn die Spieler auflaufen und wissen, es geht um was, da haben sie Angst. Das sind ganz tiefe Urinstinkte. Die haben Angst, was falsch zu machen. Gegner ist unbekannt und sie halten die blanken Knochen hin. Da brauchen sie doch einen, der ihnen sagt, was sie machen sollen. Da ist eine klare Anweisung die Erlösung. Ich will Ihnen ein Beispiel bringen, wie dringend ein Spieler eine klare Anweisung will. Ich habe mal zum Spieler ganz ruhig gesagt, er soll sich die Schuhe zubinden. Seine Schuhe waren zu. Und was macht er? Hockt sich mitten im Spiel hin und bindet sich die Schuhe zu. War eine volle Minute außer Gefecht gesetzt. Aber jetzt kommt der Clou. Der war von der Gegenmannschaft. Dem fehlte einfach eine klare Anweisung und von mir hat er eine gekriegt. Das funktioniert aber nur, wenn der andere Trainer kein Platzbrüller ist, sondern ein Kabinenbrüller aus Angst, sich zu Maxe zu machen. Ich bin ein Platzbrüller. Obwohl ich nicht brülle, sondern denke. Leidenschaftlich denke. Denke und lenke. Der Stratege am Rand. Der Julius Cäsar der Seitenlinie. Wenn Sie bei einem Spiel plötzlich ganz leidenschaftlich denken, was die Spieler machen müssten. Und die Spieler machen das auch, weil Sie der Trainer sind. Nicht zu unterschätzen das Gefühl. Nicht zu unterschätzen. Was ich denke, sehr leidenschaftlich denke. Das passiert auch. Nicht zu unterschätzen. Das war der Heiko, der mit den Schuhen. Neun war er damals. Als er sich die Schuhe zuschnürte, machten meine ein Tor. Hat der Heiko geweint. Da tat es mir natürlich leid. Wenn ein Erwachsener was zu einem Neunjährigen sagt, die können das nicht unterscheiden. Der Trainer vom Heiko hat ihn angefaucht. Bist du ein Mädchen oder warum pflänzt du? Da habe ich den Heiko getröstet. Bin doch kein Unmensch. Und weil er immer noch geweint hat und einfach nicht aufhören wollte, habe ich zu ihm gesagt, dass er ein toller Spieler ist. Einer wie Jürgen Sparwasser. Und dass ich ihn jederzeit in meine Mannschaft nehmen würde. Da hat der Heiko aufgehört zu weinen und ist in meine Mannschaft. Sofort. Hat sich schon in meiner Kabine umgezogen nach dem Spiel. War wie adoptiert. Und den Trick, mit dem Schuhe zu binden, habe ich mir gemerkt. Für später. Bei Kindern ist es ja keine Kunst. Aber der funktioniert auch bei Männern. Klare Anweisungen sind die Erlösung auf dem Platz. Wo kämen wir denn hin, wenn alle Individualitäten werden. Mit diesen ganzen anti-autoritären Moden muss mir niemand kommen. Bloß weil sie vielleicht einen Doppelnamen haben. Müssen sie sich nicht für was Besseres halten als ein Fußballtrainer. Sie wissen doch genau, wenn gespielt wird, kommt das übrige Leben komplett zum Erliegen. Das ist das Fußballgefühl. Alle gucken Fußball. Und warum wollen alle Fußball gucken? Das ist eine interessante Frage. Es gibt Experten fürs Fernsehen, die von früh bis spät nichts anderes machen, als sich Spiele auszudenken, die im Fernsehen laufen sollen. Die denken sich sowas aus wie das Millionenspiel oder Big Brother. Aber das ist noch gar nichts gegen Fußball. Sowas wie Fußball würden die gern erfinden. Geht aber nicht, weil es ist schon erfunden. Ich will Ihnen mal was verraten. Das hat nichts mit dem Heiko zu tun, aber das ist ja auch völlig uninteressant für Sie mit dem Heiko. Das muss ich ja nicht lang und breit so. Fußball. Fußball ist ja nicht das einzige Spiel, wo was mit Ball und Tor und Mannschaft. Gibt ja auch. Basketball, Rugby, Handball, Volleyball, Eishockey und und und. Wasserball. Aber nur Fußball ist ein Spiel fürs Auge. Sie sehen, wie der Ball läuft. Haben immer den Überblick vorm Fernseher. Und wenn es spannend wird, dann kriegen Sie das auch mit. Nicht so wie beim Eishockey, wo kein Mensch sieht, wie ein Tor fällt. Wenn die Spieler die Arme hochreißen, dann weiß der Zuschauer, ah, ein Tor ist gefallen. Naja, ist ja auch idiotisch. Ein Spiel mit diesem viel zu kleinen Puck. Ist ja nichts fürs Auge. Ein Ball. Ein Fußball. Das ist was fürs Auge. Außerdem ist ein Fußballspiel fast immer spannend. Nehmen Sie Volleyball. Da kommt die Aufgabe. Dann stoppen. Zuspiel. Schmettern. Da ist ein Spiel wie das andere. Haben Sie je ein Volleyballspiel gesehen, wo Sie noch Jahre später sagen, ja, das war doch dieses. Oder wenn Sie mittendrin mal aufs Klo müssen und kommen zurück in die Halle, dann schauen Sie auf die Anzeigetafel, sehen den Spielstand und wissen Bescheid. Aber Sie kommen nicht auf die Idee, Ihren Nachbarn zu fragen, ob Sie was verpasst haben. Der wird Sie wahrscheinlich angucken wie, und wenn Sie nichts verpasst haben, weil Sie nichts verpassen können, warum schauen Sie es überhaupt an? Na, Sie schauen es sich ja gar nicht an. Genauso wenig wie Handball. Die eine Mannschaft greift an, die andere verteidigt, und dann spielen die sich am Kreis, am Kreis. Das heißt Kreis, obwohl kein Mensch weiß, was an diesem Kreis ein Kreis ist. Ist auch kein Halbkreis, eher ein Halbei. Beim Fußball ist der Mittelkreis ein Kreis. Da spielen also die Angreifer den Ball hin und her, hin und her, das geht ewig so, und das Publikum klatscht mit, wie beim Parteitag, wie beim SED-Parteitag, wenn Ihnen das was sagt. Mich haben die da mal hingeschickt, vom Betrieb aus. Gut, dachte ich, schaden kann's nicht. Die Hälfte von denen, die da saßen im Palast der Republik waren, ich will mal sagen, einfache Menschen, ganz normal. Mitklatschen war angesagt und bloß nicht einschlafen. Alles klatschte im Rhythmus, obwohl es total langweilig war. Beim schließlich einer wirft, wird es Tor oder nicht, und das ist auch ein Problem vom Handball. Beim Handball fallen zu viele Tore, vom Basketball ganz zu schweigen. Aber beim Fußball kann ein einziges Tor die ganze Situation auf den Kopf stellen. Drei Minuten vor Schluss, es steht 2-2, und dann fällt ein Tor. Das ist doch schicksalsentscheidend. Aufstieg oder nicht? In eine ganz andere Liga vorstoßen oder nicht? Die Krönung eines Lebenswerkes. Nur wegen einem einzigen Tor. Beim Handball ist es scheißegal, ob ein Tor fällt oder nicht. Und wenn es sowieso egal ist, braucht man gar nicht erst anzufangen. Und dann ist da noch ein einfacher Grund, und das ist wegen den Regeln. Es ist wichtig, dass man von einem Spiel die Regeln versteht. Wenn man nicht versteht, was läuft, ist es auch nicht spannend. Fußball ist so einfach, dass es ein Sechsjähriger kapiert. Wenn im Stadion einer aus Amerika neben ihnen sitzt, Amerika sage ich jetzt mal so, dann müssen sie ihm nur erklären, warum der Schiedsrichter pfeift, und dann hat der nach einem einzigen Spiel für den Rest seines Lebens die Fußballregeln begriffen. Wenn er helle ist, begreift er sie sogar allein, ohne dass einer daneben sitzt. Aber umgekehrt klappt das nicht. Was bei denen der Nationalsport ist? Baseball. Da kann man die Regeln nicht vom Zuschauen verstehen. Nicht nach einem und auch nicht nach 100 Spielen. Ich gucke manchmal Nachtsport. Ich gucke gern nachtsfern. Nicht nur wegen der Werbung ist klar, dass sie diesen Schweinskram tagsüber nicht senden können. Wenn das Kinder sehen, ist dann nichts. Oder wenn die dann plötzlich auf die Idee kommen würden, so eine Nummer anzurufen. Dann haben die so eine Rechnung und nicht mal selbst. Telefon macht was aus. Meine Rechnung ist immer hoch. Also jetzt nicht nur deswegen. Aber was man als Trainer immer der Mannschaft hinterher telefonieren muss. Ich bei meiner Telefonrechnung habe immer gedacht, Mensch, von denen müsste man Aktien haben. Die stiegen und stiegen. Bei 80 bin ich rein. Dann gingen sie rauf. Auf 103. Und jetzt sind sie schon ein halbes Jahr unter 30. Wie bin ich jetzt drauf gekommen? Richtig, wegen dem Baseball, wo man die Regeln nicht versteht. Nicht mal, wenn man im Stadion neben einem Amerikaner sitzt und sie einem erklärt werden. Weil die verstehen ja selber nicht die Regeln. Tatsache. Es gibt keinen Amerikaner, der die Regeln der amerikanischen Nationalsportart kennt. Ich bitte Sie. Das will eine Weltmacht sein? Wenn die nicht mal die Regeln von ihrem eigenen Nationalsport kennen? Was haben die denn überhaupt für ein Verhältnis zu Regeln, frage ich jetzt mal so. Der Engländer. Fußball. Klare Regel. Klare Sache. Als der Adolf den Cavendry zerdonnert hat, ist der Engländer auf Hamburg und Dresden los. Lag 1-0 zurück, der Engländer. Hat's aber drehen können. 2-1. Aber der Amerikaner, der schmeißt zweimal die Atombombe wegen Pearl Harbor. Aber eigentlich wegen Baseball. Der Amerikaner schert sich null Komma nichts um Regeln. Er hat ja auch nie gelernt bei seinem Baseball. Können Sie mal einem Botschafter erzählen. Da kommt er bestimmt ins Grübeln. Die Länder sind nämlich allesamt so wie ihr Nationalsport. Bei den meisten ist sowieso Fußball. Also wissen sie alles über die Brüder, wenn sie beim Fußball hingucken. Das ist meine Theorie und die stimmt. Ich muss nicht in der Welt drum Geld ausgeben für Flüge nach sonst wohin. London, Madeira oder Mexiko.